So, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Darkness 2. Wir sind nicht da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, denn ich wurde zurückgesetzt. Ja, ihr müsstet ja letztes Mal gesehen haben, dass ich ziemliche Probleme hatte mit der Stelle, an der wir waren. Und jetzt dürft ihr schon erkennen, wo wir wieder sind. Ja, ich bin dann nicht gut mit klargekommen, bin dann auch noch gestorben. Hatte dann auch erstmal, muss ich tatsächlich zugeben, keine Lust mehr für die nächsten paar Minuten. Aber das ist ja nicht schlimm, denn jetzt geht es sofort mit voller Elan weiter in diesen Raum hinein, den wir eigentlich auch schon leer hatten. Es tut mir leid, aber ihr müsst das jetzt nochmal mit mir durch erleben. Aber das kriegen wir auch schon noch irgendwie hin. Ah, komm schon, ich kriege die nicht. Aber ich will jetzt noch nicht meine Dings, vor allem meine Waffe ist weg, ich musste mir die erstmal wiederholen. Ich kann die da noch nicht liegen lassen. Nachher benutzt sie noch jemand anders gegen mich. Das wäre das allerletzte. Ich weiß auch gar nicht genau, wie weit ich jetzt zurückgesetzt bin, ehrlich gesagt. Ich hoffe nicht zu weit. Das werden wir gleich herausfinden. Oh, komm schon! Ich hasse diesen Typ mit den Rüstungen. Habe ich ihn? Ne. Würde mir angezeigt werden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na, komm hier rein. Komm, trau dich. Hey, trau dich. Hey. Okay, den habe ich schon mal. Aber der Flitzer mit der Rüstung ist immer noch unterwegs, den muss ich auch noch kriegen. Na? Na? Okay, den hätte ich. Aber das war der nicht, oder? Ja, der ist hier noch irgendwo. Ich höre ihn. Na, das ist klug, sich da einzulegen, wo ich dich genau sehen kann. Okay, zack, zack. So, wo ist jetzt meine Waffe? Ist das meine Waffe? Die hatte mir nur weg... Oh, ich hatte nur eine UMP. Ach, ich dachte, der hätte meine Kalaschnikow weggenommen. Dann ist ja nicht so wild. Okay. Oh, hier ist auch noch Munition. Perfekt. Und hier ist sonst nichts mehr. Gut, dann geht es jetzt weiter. Genau, und hier habe ich aufgehört, glaube ich, oder? Ich glaube, das war der Moment, wo ich so extreme Probleme... Wow! Du, sag! Jetzt hat er meine... Der hat mir meine Kalaschnikow weggenommen. Scheiße, wo ist die hingeflogen? Aber hier unten lag noch eine andere gute Waffe, glaube ich, ne? Ach, die ist hier runtergeflogen. Wenn die das ist. Na super, jetzt habe ich hier keine Munition mehr. Ich nehme mal das Schild mit. Komm, Schild. Kann das erstmal ein bisschen als Deckung benutzen. Oh, fuck, jetzt ist da so ein Typ. Oh, was? Der nimmt mir auch noch das Schild ab. Zieh es weg und schmeiß es ran und schieß ihn ab. Oh Gott. Oh Gott. Ist er down? Ja. So, jetzt das Schild. Das benutze ich jetzt aber zum... Oh, müsste ich auch verkacken. Schade, dass die alle jetzt so einen Helm haben. Ich würde gerne mehr Headshots machen und so, aber... Nein. Äh, ne. Machen sie nicht. So, ich nehme gerne zwei UMPs. Sind auch beide voll. Sehr gut. Gleich noch ein Herz. Ist das Rüstung? Ist das Munition? Ne. Mikro-Uzi. Alter. Kannst du mich mal wohl lassen? Ich gehe jetzt hier wirklich... Ich versuche jetzt wirklich ganz, ganz vorsichtig hier lang zu gehen. Ich habe übrigens das Gefühl... Und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Ich glaube, wir bewegen uns langsam auf das Ende des Spiels schon zu. Da ist ja der Typ. Oh mein Gott. Ich dachte, wir würden hier gar nicht auf den Treffen. Liegt hier irgendwie ein Pfahl? Oh ja. Hallo. Tschüss. Oh. Warte. Wer ist dann? Wer bist du denn? Es tut mir aber leid jetzt. Dass du aufgefällt bist. Oh. Oh, da hatte ich aber was gegen ihn. Tut mir leid. Komm, ein bisschen was umpusten noch, bevor es zu Ende ist. Oh. Die Waffen klingen auch ganz anders in dem Modus, oder? Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Die klingen dann wie so schwere Geschütze. Obwohl es ja eigentlich kleine UMPs sind. So, ein bisschen Munition. Ist da nicht noch mehr gewesen? Oh, da liegt eine Striker, die nehme ich mal. Irgendwie gefällt die mir ganz gut. Oh, Leute. Da wird jetzt was passieren, glaube ich. Hinter der Tür oder auch nicht. Wo kommt denn das Licht her? Jetzt kann ich die Tür rausziehen, oder? Ja. Oh. Okay, wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal weit. Das bringt, glaube ich, nichts auf den zu schießen, oder? Ich werde das in Zukunft lassen. Das ist unfair. Er kann sich rumbeamen. Und ich muss laufen. Obwohl ich... Ne, ich habe ja noch teilweise die Darkness. Aber ich kann mich nicht mit der Darkness rumportieren. Warum kann er das eigentlich? Gibt das irgendeinen Sinn? Irgendeinen? Ne? Ne, oder? Gut, ich schieße jetzt wirklich nicht mehr auf den. Das ist einfach sinnlos, das. Oh, mein. Jetzt darf ich doch... Schlag durch... Schlag... Die Klingen. Schlag durch die Klingen, um sie zu... Welche Klingen? Oh, die Klingen. Ah, Mist. Kann ich ihnen denn wirklich schon Schaden machen, oder? Ich kann ja auch durch die Wand schießen. Oh, er ist weg. Okay. Also muss ich jetzt... Ist das schon der Endkampf? Was meint ihr? Oh, was meint ihr? Ich bin schon nervös. Ah, was liegt denn hier? OMP. Desert Eagle. Munition. Schön. Oh, ich kann hier noch mal mich ein bisschen ausrüsten. Dann kaufe ich mir jetzt noch mal irgendwas, würde ich sagen. Irgendwas, was mir vielleicht... Oh, ich hatte das mit dem Schwarm, oder? Das könnte vielleicht ja sogar sinnvoll... Was ist denn das? Damit erreicht der Schwarm mehr Ziele. Erhöht die Betäubungszeit bei umschwärmten Feinden. Ja, warum nicht? Okay. Und dann einmal dadurch. Und das wegmachen. Und jetzt geht's dir an den Kragen, Viktor. Na, Viktor? Wie geht's so? Oh. Oh, da hab ich direkt mit beiden Armen zugehauen. Okay, jetzt hab ich ja wieder Striker-Munition. Nein! Oh, gut, dass die Waffenkanalisierung nicht ging, sonst hätte ich sie grad verschwendet. Ich hab instinktiv sofort Y gedrückt. Entschuldigung, ich wollt nicht so reinsprechen. Ja, deswegen werde ich dich wegwerfen und es nehmen. Und was dann? Was würdest du damit machen? Du denkst nicht, dass du es in der Schmerz geben würdest, oder? Hast du keine Ahnung, was passieren würde? Ja, ich kann dir sagen. Aber es wäre leichter, nur zu dir zeigen. Ja. Oh, ich hab einen erwischt. Hätte ich irgendwie nicht mit gerechnet gerade. Na? Okay, das sind ja noch die einfachen Handlanger. Die nehme ich mal ganz flink auseinander. Und? Jetzt kommt er da, oder? Wo portet er sich hin? Wo wird er erscheinen? Na, wo ist er? Wo ist Viktor? Ist er hier irgendwo schon? Okay, ein bisschen Schaden hab ich gemacht. Na? Wo ist er hin? Oh, wir haben fast einen Balken schon weg. Gar nicht schlecht, glaub ich. Gar nicht so schlecht, glaub ich. Okay, ich könnte neue Munizungen brauchen. Und? Yes, der erste Balken ist weg. Nice, sag ich dazu. Nice, sag ich dazu. Komm schon. Ah, das funktioniert nicht, okay. Wo ist er, wo ist er? Komm, 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 komm. Oh, das war gut. Mist, 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 Mist. Komm schon. Ja, Klingen muss ich durchschneiden, ich weiß. Ich kann das nicht so parallel. Ich bin nicht Multitasking. Genug, glaub ich. Schon ein bisschen, aber nicht genug, glaub ich. Wo ist er? Ah, okay. Ah, die können ruhig rankommen, die zerschneide ich einfach. Ich will keine Munition jetzt. Ah, Mist. Okay, okay, okay. Okay, den hätte ich auch. Herz essen, Herz essen, Herz essen. Okay, okay, da lebt noch einer, oder? Den muss ich hinrichten, ich brauch Munition. Ich will nicht so viel. Hinrichten. Hinrichten. Jetzt geht's. Und? Einmal Munition, bitte. Ja, einmal durchschneiden. Ja, das hat er verdient, glaub ich. Oh, ja, noch zweimal durchschneiden, das ist auch nicht nett. Da ist er wieder. Ah, das sind wieder zwei von denen. Okay, einmal. Und zweimal. Kommt näher. Kommt ruhig her. Hey, hey, wie geht's? Oh, wieso ist das da hochgeflogen? Okay, den schnappen wir uns. Ah, sehr gut. Okay, okay, Hälfte hat Victor noch. Victor. Victor. Zeig dich, Victorius. Was sind das für komische Geräusche gerade? Habt ihr das auch gehört? Naja, ihr habt das auch gehört, ich nehm's ja gerade auf. Das war natürlich klug von mir, sozusagen. Oh. Okay, noch ein Falken. Oh, da kommt schon, Leute, das kriegen wir hin. Okay, jetzt mal Superpower. Oh. Fast, fast, fast. Wo ist er hin? Wo ist der? Das wäre der Hammer, ihn im ersten Anlauf zu schaffen. Na? Oh, ich hab fast nichts mehr. Shit, ich hab nicht aufgepasst. Ich hab nicht aufgepasst. Sind hier noch Herzen zum Essen? Ja, da ist eins. Nice. Nice. Okay, okay. Ganz. Oh, von hinten. Du Sack. Komm schon. Wo bist du? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Wir haben ihn, oder? Ne, noch nicht ganz. Oh, ja. Das Problem ist... Ich hebe den jetzt mal auf. Das Problem ist, ich glaube, er hat recht, dass das ein Problem ist, wenn ich das mache. Aber... Was soll ich denn sonst machen? Alter, hau ihm den Kopf weg. Alter. Steck ihn in ihn rein. Das war es noch nicht ganz. Oh doch, er macht's noch, oder? Oh. Aua. Das ist... Das ist... Er möchte vielleicht auch sterben, oder? Okay. Step into hell. Oh, Kiden. Oh, das ist immer schon, wenn man von solchen Witzen aufgeweckt wird. Äh, ja. Gut. Ich wundere mich, dass wir hier sind. Genau das, was er auch gerade sagt. Das bedeutet ja, dass die Darkness uns wieder vor dem Sterben schützt, im Prinzip, oder? Ähm, jedenfalls, ähm... Das waren die zehn Minuten ungefähr. Also, Leute... Äh... Bis zum nächsten Mal. Und danke fürs Zusehen. Und danke fürs Zusehen.